so der floppy und die bella haben jetzt ein knücheln bekommen und ich übe ja mit langsam annehmen wenn er die hand fortreißen habe ich euch aber erzählt in einem video wo ihm echt eine gebuttert habe weil er mir wirklich das peck aus der hand gerissen wirklich ohne witz buchstäblich was die hand abgebissen habe dabei ihr hättet es jetzt mal sehen sollen voll langsam wenn er es noch ein bisschen besser kann zeige ich es euch mal ich habe ganz vergessen mit dem salat deshalb ist der schnüffeltäfig schon drin aber ihr seht es ja im video hallo erstmal eure samik zu einem neuen video und What did you do, I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I know, it's true. You made me happy for a while. Put it tight. Immer wenn es Dürrle geht, kommen sie an den Grenz. Put it tight, Carly. Komm. Guck mal, ich habe da alles Mögliche rein, bin immer gespannt. Spitzkohl das erste Mal drin. Und anderer Salat, aha, guckt an. Er kommt. Das Möhrenkraut frisst es halt am liebsten. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich will doch nur, ob es eingefallen. Hallo Nienchen, hallo Carly. Wenn das ab und zu ein bisschen klappert, ich habe gerade das Fenster auf und durch den Wind klappert es ein bisschen. Eck Toilette ist sauber, ein bisschen grüch gefägt, wieder alles frisch. Hier habe ich ein paar Steine drauf, da wurde es gerade Carly sitzt da und habe das Wassernäpfle noch auch frisch ausgespült und frisch mit Wasser gefüllt. Und die Budelerde noch ein bisschen umgerührt. Umgerührt. Frisches Heu rein. Tja, ich sage ja, das hier gibt auch noch ein Projekt. Ich habe nämlich was vor mit dem Gehege. Alles schon bestellt. So, wir fangen an. Ich möchte, Moment. Ich sage ja, wenn ich Stativ habe, dann, wenn man halt nur eine Hand hat, ist es halt schon ein bisschen schwierig. Ich habe ja vor ewiger Zeit im Fressen auf diesen Schnüffelteppich mal gekauft. Jetzt will ich doch mal wissen, ob die dann annehmen. Ich habe ein paar Leckerlis rein, diese Kekse mit Biss, habe ich ein bisschen zerbröselt. Aber Leute, das ist ganz schön schwer, die Dinger zu zerbröseln. Du, Nienchen, du sollst keinen Heumummler, du sollst jetzt hier an die Dinger gehen hier. Hallo? 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 Nienchen, komm. Wenn ich es jetzt als Ruf heute Morgen auf in der Futter, apropos Futter. Leute, ihr fällt vom Glaube ab. Ich habe heute Morgen in meine Katzenschüssel mit ein ganz bisschen vom alten Futter und das neue Futter vom Huckro rein. Und ich lüge euch nicht an. Bis auf ein paar von so Spänchen war die Schüssel so leer. Das heißt, sie nehmen das Futter an. Mega. Ich gebe denen auch wirklich jeden Tag dann nur ganz, ganz wenig von dem. Und wie gesagt, es sind ja wirklich Sämereien und Ding drin. Also wirklich feine Sachen drin. Eigentlich wollte ich jetzt, dass die mit dem Hüffelteppich hier mal... Oh, wahrscheinlich der Kali pennt ja schon wieder. Kali, komm aus deiner Hütte raus. Nienchen, guck mal. Nienchen. Jetzt hat es vor allem mit dem Ding wieder gespielt. Komm, Nienchen, komm. Guck mal, wie die kommt. Komm, Nienchen, guck mal, was das ist. Was ist das? Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal, was das ist. Oh, was ist das? Was ist das? Meine Zuschauer wollen was sehen. Oh, was ist das? Oh, der Leckerlis drin. Ja, da sind Leckerlis drin. Hört ihr das? Ist jetzt gefunden. Und wie gesagt, vor allem, wo ich das gefüllt habe mit dem Keks mit Biss, ist mir auch gefallen, ich habe keine Leckerlis im Mini-Format. Und ich habe von euren Videos öfters mal gesehen, dass ihr solche kleine Mini-Herze, ich glaube, von JutR-Farm sind die, könnt mir mal bitte, bitte jemanden in die Kommentare schreiben, wo man die herkriegt, übers Internet. Weil ich habe die noch nie gesehen in irgendeinem Lade von mir. So ganz kleine Dinger, wo ich eben in diesem Schnüffeltewig, oder als Belohnung, weil ich möchte es dann, wenn ich das Projekt hier, hier beendet habe, möchte ich definitiv jeden Tag eine Viertelstunde mal reinsitzen. So wie meine Mäuses, apropos Mäuses, die Mimi gestern Mittag, bzw. gestern Abend, die Hand wieder reingestreckt, ne, das war heute Morgen, Entschuldigung Leute, heute Morgen um sechs, nachdem die Peppel so süß getrunken hatte, bin ich zu der Mäuses, habe denen Futter auf die Hand wieder gemacht, diesmal ist die Mimi komplett auf meiner Hand gesessen. Leute, sowas Süßes. Diese Mini-Pfödler, das hat gekitzelt wie verrückt, wo die sich bewegt hat. Dann hat sich natürlich die kleinste Maus, die größte Nuss geklaut und ist abgezogen. Total süß, das mache ich eher jeden Tag. Und ich möchte halt mit meinen Häschen, ich finde hier, das Nienchen ist ja so schocknuffig, wie so ein Schokoladehasker, aber Vollmilch, ich stehe nur auf Vollmilch. Oder weiße Crispy. Ja, egal, auf jeden Fall, guck dir das an. Kali, ich würde mich mal bei Island einer Stelle. Kali, huu, wo ist denn der? Ja. Kali, kum. Kali, kum. Oh Leute, Moment mal kurz. Oh, Indian. Hier muss, nein, alte Oma da. Ja, ist ja gut. Kali, kum. Der mübelt ein Häusch, der Idiot. Ja gut, ein Fruß sol allein. Weil ich wollte jetzt hier noch ein zweites Ding machen. Ich habe doch diese Spiele gekauft. Und dass sie mit dem Glöckchen so gern umgehen. Aber ich glaube, jetzt mögen wir es zuerst mal. Ich gucke mal später rein, ob sie es annehmen. Auf jeden Fall Schnüffelteppich. Kann ich nur empfehlen. Ist sehr gut angekommen. Sie muss ein bisschen suchen, ein bisschen schnüffeln. Und dafür heißt sie auch Schnüffelteppich. Intelligenz-Satz wieder von mir. Ja, das war es, Leute. Ja, sie dürfen leider mummeln. Ich wünsche euch was. Wie gesagt, jetzt haben sie eine neue Spielsache hier. Mal gucken, ob mit dem Spiel zu stehen. Auf jeden Fall das Glöckchen kommt super an. Snackball habe ich ja auch noch. Den werde ich auch mal irgendwann in den Einsatz bringen. Aber jetzt wird erst mal das Projekt ich denke mal spät ist schon das nächste Wochenende. Wenn ich das hochlade, das Video mit diesem hier. Weil ich habe was vor mit dem Gehege. So. Nienchen ist schlau. Die schnüffelt. Er frisst heu. Hat er Pechkett. Alla. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Eure Samik. Tschüss. Tschüss. Musik. ک感じ paljon. Musik. Musik.